Reife und Diplomprüfung 5a und 5m. Ich gratuliere ganz herzlich Maximilian Proser und Lisa Eichholzer. Ausgezeichneten Erfolg. Wunderbare Leistung. Wow, die Zeit ist aber schnell vergangen. Die HLW Spital war genau die richtige Entscheidung. Bist du auch auf der Suche nach deiner nächsten Schule? Schließlich geht es um deine Zukunft. HLW goes Europe. Als erste Europa-Botschafter-Schule macht die HLW in ganz Europa auf sich aufmerksam. Do you speak English? Yes, of course. Aber nicht nur Englisch, sondern auch Französisch. Und ich habe Italienisch gewählt. Sprachenausbildung im Unterricht, aber auch bei Fremdsprachenwochen und schließlich im dreimonatigen Auslandspraktikum im europäischen Ausland mit Erasmus Plus legen den Grundstein für die Kompetenz internationaler Kommunikation. Wir kommen ins Herzstück der HLW, die gastronomische Abteilung. Wahnsinn, was da alles produziert wird. In der ersten Genussschule Österreichs. Schau, die geschmackigen Gusto-Stückkerlen. Und die verlockenden Desserts. Und dazu gehört natürlich ein aufregender Cocktail. Oder ein genüssliches Glas Wein. Die Barkeeper und Weinsommeliers machen es möglich. In der HLW Spital leben wir Wirtschaft. Schaut, was uns unsere Sponsoren für einen einten Recruiting-Late zur Verfügung gestellt haben. Wir holen auch die internationale Wirtschaft in unsere Schule. In der Medienklasse bereiten wir uns auf die digitale Zukunft vor. Die drei Säulen sind Körper, Geist und Seele. Im HLW Aktivunterricht haben wir den Labello gemacht. Der ist aus Bienenwachs. Sport und Spaß kommen an der HLW Spital natürlich auch nicht zu kurz. Musik und Zeichnen gibt es in der HLW in Theorie und Praxis. Und das als kombiniertes Fach. Musik und die vielen Zertifikate geben uns noch mehr Chancen. Musik Jetzt sind die Würfe gefallen. HLW Spital. Deine Schule. Deine Zukunft. Musik 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 Vielen Dank.